Servus, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier mit Lost Island. Ich grüße euch, Hallöchen. Freunde, ich bin an der letzten Location, da wo es die letzten Artefakte geben soll. Ja, und zwar, so wie es geheißen hat, gibt es hier zwei Artefakte in einer Höhle. Das war zu tief Luft geholt. Entschuldigung. Okay, Freunde. Ich möchte jetzt auf jeden Fall hergehen und möchte auf jeden Fall diese zwei Artefakte noch holen. Ja, damit wir die auch safe haben. Und das ist auch wieder ein Unterwassereingang. Ein Unterwassereingang. Zum Glück habe ich den Tauchanzug noch dabei. So, und zwar müssen wir erstmal hier runter. Wir werden erstmal hier unten wieder aufräumen müssen. Weil hier unten macht wieder Böses rum. Da ist wieder Böses. Oh, bist du ein hübscher Akentavis. Oh, dich hätte ich ja gerne. Oh, bist du hübsch. Oh, warte mal. Kann ich dich haben? Kann ich dich haben oder wirst du drauf gehen? Oh, der wird jetzt bestimmt drauf gehen. Mollen wir wetten? Oh, der ist hübsch. Ui, ist der hübsch. Und er hat ein halbwegs gutes Level. Oh, aber deswegen bin ich nicht hier. Ich weiß, das ist jetzt traurig. Das ist jetzt ganz traurig. Da finde ich mal wirklich einen hübschen Akentavis. Ja, und dann kann ich ihn nicht haben. Dann kann ich ihn nicht haben. Oh, hier, guck mal, was hier alles rum macht. Mh, mh. So, Freunde. Hier zwischen den Felsen, hier unten im Wasser, soll der Eingang sein. Da bin ich gespannt. Da bin ich jetzt gespannt wie im Flitzebogen. Ich mache aber jetzt erstmal hier ein bisschen was kaputt. Kommt er mir hinterher? Ist er tot? Der ist doch nicht tot, oder? Hallo, Jim. Na, Kollege? Oh, hier, guck mal. Ich kann läppeln, ich kann läppeln. Bewegungsgeschwindigkeit. So, der Vogel braucht ja hier noch Bewegungsgeschwindigkeit. Der ist viel zu langsam. So, okay. Oh, oh, was bist du? Du bist ein, äh, Kaprosurus. So, der ist hin. So, der ist Geschichte. Ich mag die Kaprosurus nicht. So, die haben doch aber eigentlich überhaupt keine Chance, hier oben drauf zu kommen, oder? So, Moment. Weil jetzt, jetzt muss ich sehen, dass ich hier ein bisschen trickse, Freunde. Ich muss hier ein bisschen tricksen, damit, ähm, uh, uh, hier, guck mal, da war einer. Da war einer. Ein, ein, äh, Sinomakrops. Ein Sinomakrops war da. Da ist noch ein Sinomakrops. Ui, die machen über der ganzen Map rum. Oh, cool. Cool. Okay. Jetzt muss ich mal überlegen, Freunde. Jetzt muss ich mal überlegen. Ähm, weil ich würde normalerweise gerne hier einen Teleporter haben, damit ich mich, ähm, hier, sag ich mal, zurück teleportieren kann. Warte mal, ich geh mal hier rüber. Ich geh mal hier rüber. Oh, da unten machen Haufen weiße Viecher rum. Oh, das ist nicht cool. Das ist gar nicht cool. So, warte mal. Ich geh jetzt mal hierher. Ich steig jetzt mal hier ab und setz mir hier mal. Einen Teleporter hin. Moment. So rein vorsichtshalber. Ja. So, warte mal. Den tue ich auch jetzt hier gleich mal. Warte mal. Umbenennen. Umbenennen. Hier. So. Höhleneingang. So. Da, bitteschön. Zack. Höhleneingang. Sehr schön. Sehr schön. Falls ich nämlich jetzt hier irgendwas schief gehen sollte, kann ich nämlich hier wieder rausspringen dann. Ah, okay. Das wird jetzt garantiert böse. Was ist denn da unten alles drin, ne? Was war denn das jetzt? Blutegel. Natürlich sind da unten die Blutegel drin. War ja klar irgendwie, oder? So, warte mal. Jetzt brauche ich hier auf jeden Fall meine Schwimmflossen brauche ich. Ich brauche hier die Hose. Ich brauche die Taucherbrille. Und ich brauche das Atemgerät. Oh, das wird jetzt hässlich. Wollen wir wetten? Oh, das wird jetzt hässlich. Oh. Ganz schnell hier runter, Freunde. Ganz schnell hier runter. So. Hier schnell durchgetaucht. Wo geht's lang? Wo geht's lang? Hm, 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 hm. Musst nämlich aufpassen. Musst aufpassen, Freunde. Da musst du aufpassen. Oh, war ja klar, dass hier unten Viecher drin sind, ne? War ja klar. Ihhh. Ihhh, weg, weg. Nein, ich will euch nicht. Nein. Kommen die mir ins Wasser hinterher? Kommen die mir ins Wasser hinterher? Wollt ihr ersaufen? Komm, ihr wollt doch bestimmt ersaufen, oder? Mal gucken, ob ich die hier so fertig kriege. Ey. Nein. Da sind, da sind böse. Das ist böse. Geht weg. Nein. Ich mag euch nicht. Geht weg. Geht weg. Nein. Weg mit euch. Du gehst doch jetzt bestimmt rauf unter Wasser, oder? Du gehst unter Wasser bestimmt rauf. So. Der ist hin. Das sind aber noch mehr. Oh, 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 oh. Ja, unter Wasser können die nicht so gut. Aha. Die müssen alle weg, Freunde. Die müssen alle weg. Oh, Freunde. Unter Wasser Spaß. Ach, jö, cool. Oh, der ist gleich Geschichte, Freunde. Der ist gleich Geschichte. Jawohl. Hier, guck, noch einen Schuss und dann ist er weg. Jawohl. So. Jetzt noch dein Kollegen da hinten. Guck, da kriegt der, kriegt auch noch. Uh, hier, guck mal. Headshot. Headshot. So. Mach da hinten noch irgendwas rum. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Headshot. Yay. Cool. Oh, der ist auch Geschichte. Freunde, aber ich lass das Zeug nicht hier. Ich lass das Zeug nicht hier. Guck mal. Da. Nimm ich mit. Das nehm ich mit. Shit, Dean. Yay. Ey, von unten sehen die voll eklig aus. Hier, guck mal, wie die von unten aussehen. Iiii. Iiii. Atropleurer. Iiii. So. Jetzt müsste ich doch eigentlich hier... Oh, da sind die Nächsten. Oh, shitten. Oh, shitten. Nein. Aua. Atemgerät kaputt. Scheiße. Ich hab mir das Atemgerät kaputt gemacht. Du Mistvieh, du Blödes. Oh, du bist Geschichte. Ich hab mir das Atemgerät kaputt gemacht. Du Blödes Mistvieh, du. Oh, ist da noch mehr? Okay, warte. Nein. Nicht so. Oh. Noch irgendwo eine? Okay, ich hab noch eine gehört. So, warte mal. Hier. Vögelchen. Dankeschön. Ah, nee. Spinne. Okay, man hört immer noch so dumpf. Ja, als ob man hier immer noch unter Wasser wäre. Okay. Oh, Moment hier. Keva, weg. Oh, Atrobleurer. Atrobleurer. Gefahr, 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 Gefahr. So, Gefahr gebannt. Gefahr gebannt. So, warte mal. Ich brauch mal ein Leuchtestäbchen. Hier ist so dunkel. Oh, da kommt die Nächste. So, sehr schön. Okay, Freunde. Hier, guck mal, was es hier wieder gibt. Cool. So, warte mal. Ich muss jetzt hier erstmal... Das hört sich immer noch so dumpf an. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum. Das ist jetzt, glaube ich, ein Bug, oder? So, verfügbare Punkte. Bewegungsgeschwindigkeit. Yes. Was? Cool. Oh, kann ich mit dem Leuchtestäbchen hier sammeln? Yay. Ich kann mit dem Leuchtestäbchen zusammen sammeln gehen. So, Freunde. Silizium-Perlen. Yay. Cool. Hier nehme ich mit. Die lasse ich nicht hier, Freunde. Die lasse ich nicht hier. Das wäre fatal, die hier zu lassen. Wenn du schon hier was geschenkt bekommst, ja, dann solltest du es natürlich auch mitnehmen. So, okay. Okay, 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 okay. Jetzt hier schön wieder aufs Vögelchen. Mal schön hier durchspaziert. So, nur wo ist jetzt wieder die Frage? Wo geht es hier lang? Warte mal. Da drüben sehe ich was. Da drüben sehe ich was. Da ist Material. Das nehme ich mir mit. Oh, yes. Okay. Jetzt ist der Ton mir klarer geworden. Ja. Klarer. Klarer. Ah, und hier wird es wieder dumpfer. Alles klar. Das ist ein Höhlen-Bug. So, warte mal. Ich muss mal hier kurz was gucken, Freunde. Kann ich jetzt eigentlich das Ding? Das kann ich doch. Ja. Oh, nein. Doch. Ja. Nee. Doch. Vielleicht. Hier. Ah, da muss ich erst den Sattel abziehen, ne? Mmh. Mmh, mmh. Ich muss erst den Sattel abziehen. Warte mal. Ähm, den Sattel mal kurz runter. Das hier da drauf. Dankeschön. So, dann lass wir da drauf. So, Freunde. Hier, guck mal. Jetzt hab ich immer hell. Jetzt hab ich immer hell, wenn der Agentar bis bei mir ist. Außerdem müsste ich doch, glaub ich, noch das zweite Leuchtestäbchen dabei haben, oder? Hab doch bestimmt noch das zweite Leuchtestäbchen. Hatte ich mir nicht zwei gemacht? Ich hatte meine, ich hätte mir zwei Stück gemacht. So, hier, Freunde. Obsidian wird mitgenommen, ist klar, ne? Obsidian lassen wir nicht zurück. Keine Sorge für die Höhle. Für die Höhle lass ich mir diesmal ein bisschen Zeit. Also, wenn ihr manchmal so ein bisschen dumpf hört, das liegt nicht an euch, das liegt hier am Spiel. Das ist ein Höhlenbug. So, Moment. Moment, ja. Moment. So, nehm ich mit. Nehm ich mit. Ich bin mal gespannt, was es hier alles für Rohstoffe gibt. In der Höhle. Weil ich guck mich ja immer schön nach Rohstoffen um. Seht ihr, ist schon wieder dumpf jetzt. Aber ich kann das Zeug nicht hier lassen, das geht nicht. Wenn, dann nutze ich natürlich die Chance und nehm es natürlich auch gleich mit, Freunde. So, Moment. Hier, schnell rein damit. So, da, da, da. Danke. So, hab ich hier noch irgendwas drin, was da rein kann? So, warte mal. Ich tu hier mal ein paar Sachen in den Vogel. So, hier, guck mal. Ich hab hier sogar noch immer Sachen einstecken von der letzten Höhle. Ich hab die Sachen immer noch hier drin. Ah, ist das herrlich. So. Okay. Das sieht gut aus, Freunde. Das sieht sehr gut aus. So, es geht weiter in die Höhle rein. Warte. Ist da auch noch ein Durchgang? Ist das auch ein Durchgang? Ich will mal kurz hier reingucken, ob hier hinten irgendwas drin ist oder so. Das ist auch ein Durchgang. Cool. Cool. Ah, aber da will ich jetzt nicht lang, Freunde. Ich will da runter. Ich will da runter. Da hab ich irgendwas grünes leuchten sehen. Oh, das ist Wasser. Mh. Oh. Uh. Okay, warte mal. Bevor ich jetzt da entlang gehe, ich erkunde erstmal schnell hier diesen Weg. Es ist zwar hier ein bisschen dunkel, ja. Ist aber nicht weiter tragisch. Oh, Schitten. Oh, Schitten. Da, da ist denn schon wieder Viecher. Warte mal. Komm, ich mach dich platt. Du bist gleich Geschichte. So. Ach, komm schon. Irgendwann muss ich dich doch mal treffen, oder? Oh, Merde. Oh, Schitten. Oh, Kacke. Oh, Kacke. So war das nicht geplant. Mal gucken, ob ich mit meinem Vögelchen da durchkomme. So, hier. Ich hab mein Bodyguard mitgebracht. Aha. Ich hab mein Bodyguard mitgebracht. So. Okay, wieder ein Punkt. So. Bewegungsgeschwindigkeit, natürlich. Ist klar, ne? Ich hab grad gesehen, hier oben gibt es auch noch was zum Sammeln, Freunde. Oh, ist das cool. So. Okay, was ist das? Siliziumperlen, Siliziumperlen. Die nehme ich mir mit. Die nehme ich mir mit. Dankeschön. So. Kommen da noch mehr? Oh, wie sieht's hier? Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Atropleurer. Ist klar. Atropleurer. Als ob das nicht klar war. Oh, Moment. Hallöchen. Da ist noch eine Spinne. Die mach ich platt. Ja, ja, ja. Oh, Scheiße. Viele Atropleurer. Mh. Oh. Moment, Freunde. Ich muss mal kurz unterbrechen. So, Freunde. Entschuldigt bitte. Da kam ein Anruf rein. Da muss ich mal kurz drangeben. So, Moment. Ich muss erstmal hier gucken, dass ich hier alles wegbekomme. Da ist sie. Da ist sie. Komm her. So. Weg mit dir. Komm, die anderen mal. Jetzt auch platt hier. Das nehm ich mir alles mit, Freunde. Das nehm ich mir alles mit. So, Moment. Am, 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 am. So. Sehr schön. Seht ihr, Freunde? Es läuft. Es läuft. So. Okidoki. Und jetzt bin ich trotzdem hier am Wasser. Mh. Das heißt, ich wäre, glaube ich, von hier her gekommen, oder? Oder komme ich jetzt hier zurück? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Oder ich wäre da durchgetaucht. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich versuche auf jeden Fall, mir hier weiterzukommen. So. Moment. Da hat das Handy wieder vibriert, ey. Was ist denn hier los heute? Sag mal. Ich habe keine Zeit. Ähm. So. Wieder da drauf. Oh. Mein Vogel. Der hat böse Schaden bekommen. Ey. Wenn jetzt noch mehrere Atrobläurer kommen, du, dann muss ich auf jeden Fall mal hergehen. Dann muss ich ein bisschen schauen hier, ne? So. Wo bin ich jetzt hier? Hallöchen. Wo sind wir hier? Ist schon irgendwie cool, wie das jetzt die ganze Zeit im Background, äh, Weihnachtsmusik läuft. So. Oh. Ah. E. Oh. Was ist das? Wo sind wir denn da gelandet? Ist hier was Böses? Was ist das hier? Oh. Gibt es hier Fallen? Oh. 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 Nicht gut. Nicht gut. Nicht, dass ich hier irgendwo drüber laufe. Ja. Und auf einmal wird hier eine Falle ausgelöst. Ui. 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 Also Freunde, aufpassen, ne? Uf, passe. Heilig. Ne, ey. Was hier los ist? Ui. 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 Da ist ein Höhlenloot. Da ist ne Schlange. Komme ich denn da rein? Das ist hier ein Laperint. Oha. Oha. Nein. Böse. Oh, da ist noch was. Da ist noch was. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oha. So, Moment, Freunde. Ich muss hier mal ein bisschen gucken, ja? Ich muss hier ein bisschen gucken. So, warte. Was hab ich denn? Ich hab hier einen Punkt. Okay, mach ich auch wieder auf Bewegungsgeschwindigkeit. Okay, der ist da drin. Okay, jetzt... Warte, wie krieg ich das denn? Wie komm ich denn da rein? Wie komm ich denn da rein? Oha. Der zwickte Sarre. Oh, warte, warte. Gibt's hier irgendwo was, wo ich das vielleicht öffnen kann? Oh, Schütten. Oha. Oha. Warte mal. Kann ich da durchschießen? Nö, kann ich nicht. Okay, schade. Schade! Schade! Es muss doch hier irgendwas geben, wo ich das öffnen kann, oder? Ham. Ham. Hamdi-damdi, hamdi-damdi. Oh, Schütten! Wow! Wow! Oh, oh. Ei! Hör auf! Geh weg! Okay, die Behöhle ist sehr böse. Ja? Die ist wirklich sehr, sehr böse. Bösehöhle. Bösehöhle. Okay, Freunde, ich muss den Vogel erstmal ein bisschen aufheilen. Hahaha. Oh, das ist mies. Das ist ganz mies. Fies! Oi! Hm. Heiligsblechle. Wie komme ich an den Höhlenloot? Das haben die ja fies gemacht, ey. Das ist ganz fies, ist das. Okay. Hm. Ich habe keinen Plan, Freunde. Ich habe keinen Plan, ja. Das ist hier ganz mies, ist das gemacht, hier die Geschichte. Oh. Und mein Vogel, der hat doch so viel... Oh, der kriegt so viel Schaden. Das ist kacke. Das ist kacke. Hm. Das dauert ja immer Ewigkeiten, bis sie wieder hochgelevelt sind. Äh, kacke halt. Also ich glaube, mir wird hier unten heute ein Vieh verrecken. Hm. Okay, warte mal. Ich kann mir einen Punkt geben. So, Resistenz. Handlung. Bewegungsgespendigkeit. Gewicht. Ich mache nochmal Sauerstoff. So, das kann wahrscheinlich nicht schaden. Oh. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich hier reinkomme. Ist das hier irgendwo... Es muss doch hier irgendwo was geben, wo ich dann da reinkomme. Oder? Hm. Aber es war zum Glück ja nur ein Höhlenloot. Ich gehe mal weiter. Ich gehe mal weiter. Ich gucke mal, Freunde. Oh, guck mal. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Immer weiter gehen, immer weiter gehen. Ich versuche mal, hier hoch zu gehen. Mal gucken, was hier oben ist. Hahaha. Oh, oh. Oh, oh. Okay, hier ist geschlossene Gesellschaft. So, mal hier gucken. Das sind Fledermäuse. Hallöchen. Oh, das ist ein scheiß Labyrinth hier. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Atropleura. 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 Oh, da kommt noch eine. 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 Scheiße. 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 Okay, Freunde. Ich habe keine andere Wahl. Ich muss den Vogel erstmal hochheilen. Ja? Der muss erstmal hochgeheilt werden. Ich könnte jetzt auch wieder hergehen. Ich könnte auch wieder den Vogel tauschen. Aber das Problem ist, ich habe keine Lust hier abzusteigen. Ich habe Angst. Hahaha. Freunde, wir sehen uns gleich wieder. Ciao. Freunde, das Problem ist, dass hier wirklich überall Fallen eingebaut wurden. Ich habe wirklich eine Arschangst, hier irgendwo drauf zu kommen. Hahaha. Hahaha. Das ist nicht lustig. Das ist gar nicht lustig. Ich versuche mal hier ein bisschen vorsichtiger. Hier, guck mal. Hier sind überall. Hier sind überall so Schalter. Oi, 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 oi. Oh, okay. Den nehme ich nochmal mit. So, ich versuche mal hier vorsichtig durchzukommen, ohne dass ich hier irgendwo drüber latsche. So, mal gucken, was hier vorne ist. Oh, da sind Fledermäuschen. Fledermäuschen. Aha. So. Okay, wo bin ich jetzt hier gelandet? Ich habe keine Ahnung. Hm. Oh, shitten. Oh, shitten. Oh, shitten. Was ist das denn? Oh, das ist mies. Oh, das ist ganz mies. Vielleicht soll ich mal ein bisschen fliegen. Einfach mal so vorsichtshalber. Ohne irgendwo dran zu kommen. Oh, shitten. Oh, shitten. Oh, shitten. Nein. Nein. Oh. Das war mies. Oh. Das war ganz mies. Hm. Echt jetzt? Oh, da ist noch ein Höhlenloot. Noch ein Höhlenloot. Okay. Ganz vorsichtig jetzt. Ganz vorsichtig. So. Zack. Hab ich. So. Höhlenloot, Freunde. Höhlenloot. So. Hier komme ich jetzt wieder nicht durch, ne? Gibt es hier irgendwo irgendwelche Schalter oder so, wo man da durchkommt? Ne, ne? Ich weiß nur, dass mein Vogel ganz ordentlich hier traktiert wird. Oh. Da ist ein Loch. Hab ich gar nicht gesehen. Gehen. So. Wo sind wir hier? Oh. Ja, Hallöchen. Hm. Oh. Das wird jetzt herrlich, Freunde. Hm. Das wird jetzt herrlich. Das weiß ich jetzt schon, dass das herrlich wird. Oh. Hier sind überall Schalter. Hm. Hm. Oh. Iiii. Yes. Cool. Hm. Ich freue mich. Ich freue mich. Oh. Bin mal gespannt, was da jetzt passiert. Ich renne mal ganz schnell drüber. So. Oh. Oh. Da ist nix passiert. Da ist nix passiert. Okay. Warte. Warte. Press Button. Oh. Oh. Tür ist offen. Tür ist offen. Oh. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Hier. Was ist das? Nee. Oder? Ich muss auch noch ein Foto machen von dem Ding. Was ist denn das? Das ist das Gewaltige. Scheiße. Hehe. Scheiße. Scheiße. Ähm. Okay. Wir machen jetzt mal ein Foto, Freunde. Wir machen jetzt mal ein Foto. So. Hier. Artefakt des Gewaltigen. So. Das Ding hier mal aus. So. Hier. Schöne Fotosession jetzt. Zack. Die bumm. Hab ich. So. Warte mal. Muss ich mal gucken. Also. Ich hab schon mal das Artefakt des Gewaltigen. So. Gibt's jetzt hier auch irgendwo einen Schalter oder so, den ich umlegen kann, damit ich hier wieder rauskomme? Ich möchte hier wieder raus. Hier vielleicht? Ah. Okay. So. Und ganz bitte durch. Oh. Oh. Freunde. Ah. Es ist ein Drama. Es ist ein Drama. Es ist ein Drama. Hm. Aber kann ich hier eine wilde Drehung hinlegen, ohne dass ich irgendwas berühre? Also. Wir haben schon mal das Artefakt des Gewaltigen. Das ist cool. Das ist cool. Aua. Okay. Hier sehe ich nichts. Aber ich höre irgendwo noch was rauschen. Aua. Aua. So. Jetzt müssen wir mal gucken, Freunde. Wo es jetzt lang geht. Geht's hier unten auch irgendwo entlang? Oh. Darunter geht es. Komm ich hier so durch? Oh. Ich höre was rauschen. Hier rauscht irgendwo etwas. Aua. Aua. Das ist böse. Das ist mies. Oh. Ich glaube, ich bin jetzt hier wieder am Anfang, ne? Da, wo ich vorher war. Ha, 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 ha. Irgendwo rauscht hier aber was. Ah. Jetzt bin ich wieder hier, hä? Ah. Da war ich ja eben auch schon. Okay, okay, okay. Oh, oh. Oh, oh. Nicht gut. Nicht gut. Gar nicht gut. Okay. Da ist das Rausche-Ding. Da rauscht es. Oha. Was passiert jetzt, wenn ich da draufkomme? Mh. Mh. So. Rausche-Ding bekommen. Versuche jetzt mal zu fliegen, Freunde. So. Okay. Warten wir jetzt hier da entlang, oder? Oh, wie gut, dass mein Vogel so viel aushalten kann. Oh, wo geht's denn hier lang? Oh, gibt's denn hier nirgendwo einen Schalter, den ich mal drücken könnte? Ha? Ha? Guck mal schnell. Guck mal schnell. Vielleicht gibt's ja... Press-Button. Guck mal schnell. So. Wumms. Da war sie zu. Ähm. 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 Oh, jetzt komm ich hier mit meinem Vögelchen nicht durch. Das ist schlecht. Das ist ungünstig. Wo bin ich denn hier? Oh, wo bin ich denn hier? Ist das hier ne Tür? Okay, hier geht's noch weiter nach oben. Hamdi, hamdi. Okay. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh So, die habe ich glaube ich probiert, ne? Da war ich drauf, oder? Ach, da ist sie. Gibt es denn hier nirgendwo einen Schalter? Oh, oh. Okay, hier scheint es nirgendwo einen passenden Schalter zu geben. Was faucht mir schon wieder? Ganz miese Geschichte, ja. Ganz, ganz miese Geschichte. Wie geht diese Tür auf? Wie geht diese Tür auf? Wenn da überhaupt eine Tür ist, die aufgehen kann. Okay, ich mache das jetzt anders. Warte, hier, zack, bumm. Hier, Vogel, hierherher. Bitte, auf. Dankeschön. So, dann gehe ich halt hier entlang. So, dann gehe ich hier hoch. Oh, irgendwas. Der rennt da über mir, hä? Boah, wo bin ich jetzt hier gelandet? Nirgendwo um nirgendwo. Moment. Moment, 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 Moment. Hm. Hm. Ich weiß nicht genau, aber ich glaube, ich bin hier nicht richtig, ne? Moment. Moment. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich höre etwas rauschen. Da ist ein Höhlenmuth. Der tut mir bestimmt richtig gut. Moment. Dankeschön. Oh 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 oh. Was? Artefakt. Artefakt. Ich habe das Artefakt gefunden. Ich habe das Artefakt gefunden. Ohne Momento. Da kommt man bestimmt irgendwie rein oder? Bitte. Bitte. Bitte gehen sie jetzt hier durch. Bitte gehen sie jetzt hier. Hier durch. Oh. Press Button. Yay. Cool. Cool. Ich habe das Artefakt. Ich habe das Artefakt. Guck mal. Das ist hier drin. Das ist. Und schon wieder tickert es. Scheiße. Moment. Ähm. Oh. Nie so schnell bitte. Autsch. Autsch. Leder. Okay Freunde. Ich muss, ich muss wieder ein Foto machen. Sorry. Ich muss wieder ein Foto machen. So. Hier. Schön in die Ecke hier rein. So. Zack. Foto Session. Dankeschön. So. Warte mal. Jetzt nehme ich das mal schnell an mich. Das ist das Artefakt des Hinterhältigen. Dankeschön. So. Aber wie komme ich jetzt hier wieder raus? Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Da 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 da. Jetzt muss ich gucken. Da Press Button. Dankeschön. Yay. Cool. Ich habe alle Artefakte zusammen. Ha. Ist das herrlich Freunde. Jetzt muss man nur wissen wie man hier generell wieder rauskommt. Ja. Das wäre natürlich gut zu wissen. Aber ich mache es ganz einfach. Ha 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 ha. Ich bin raus hier. Ich habe keinen Bock mehr. So. Warte mal. Main Base. So Freunde. Es geht nach Hause. Es geht nach Hause. Oh. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Freunde. Damit habe ich alle Artefakte. Ich habe jetzt alle Artefakte. So. Aber jetzt habe ich ein Problem Freunde. Weil ich brauche noch zwei Artefaktzockel. Warte mal. Wir gehen jetzt her. Ich gehe nochmal kurz runter in die Base. Mache mir schnell zwei Artefaktzockel fertig. Ja. Dann kann ich die nämlich auch noch hier aufstellen. Oh Freunde. Wisst ihr was das bedeutet? Wir könnten Bossfights machen. Aber da brauche ich auch erst noch die Tribute. Also erst noch die Dinge. Die Dings da. Die Dings da Bums da. So. Warte mal. So. Warte. 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 Ah. Falsch geschrieben. So. Da. Artefakt. Brauche ich noch zwei Stück bitte. Und zack die Bum. Und zack die Peng. Oh. Warum nur eins? Warum nur eins? Ja. Warum nur eins? Oh. Mir fehlt Obsidian. Aber ich hatte doch glaube ich hier was in dem Vögelchen. drin gehabt. Oh. Warte mal. Ich muss das Vögelchen mal hierher holen. So. Warte. Ähm. Vögelchen. Vögelchen. Du hast noch Obsidian gehabt. Das brauche ich mal gerade bitte. Brauche ich das mal gerade bitte. So. Wo hast du das Obsidian? Da ist das Obsidian, Freunde. Sehr schön. Sehr schön. Einmal Obsidian. Und zack da rüber. Und dann bitte nochmal dasselbe. Artefakt. So. Ähm. Da. Einmal bitte herstellen. Aha. So, Freunde. Moment. 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 Da. 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 So. Einmal hier rüber. Dann einmal bitte hoch zurück in die Base. In die Main Base. Sehr schön. Oh, Freunde. Das feiere ich jetzt. Das feiere ich jetzt. Unheimlich. So. Zack. Und damit sind alle Artefakte da. Die es gibt, Freunde. So. Dahin und dahin. So. Wisst ihr, was die schönste Aufgabe jetzt für mich wird? Ich muss natürlich hergehen und muss alle Artefakte nochmal holen. Weil wir werden sie nämlich brauchen nochmal. So, Freunde. Ja, guckt mal. Ich habe alle Artefakte zusammen. Das sind alle Artefakte. Die es hier aufs Lost Island gibt. Ich habe sie alle. Alle. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Elf Artefakte insgesamt. Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich habe sie alle. Alle. So. Haha. Freunde. Und wie gesagt. In einer Offline-Runde werde ich mir die alle nochmal holen. Ja, weil guck mal. Hier in diesen Artefaktzockeln habe ich nicht haufenweise Platz. Ich kann sie hier etliche Male reinhauen. Ja, ich kann es 25 Mal. 25 Artefakte pro Sockel kann ich mir holen. Aber so oft will ich nicht in die Höhle rein, Freunde. Echt nicht. Echt nicht. So. Freunde. Das heißt, diese Folge, die jetzt etwas länger geworden ist, ist damit am Ende. Ich sage Dankeschön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Und wir sehen uns natürlich wieder zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.